The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past A Link to the Past A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past The Legend of Zelda A Link to the Past Wir benutzen dann gleich unsere Bomben, um was aufzusprengen. Und dann mal gucken, was wir da oben in dieser kleinen Truhe finden werden. Bin gespannt, bin gespannt. So, machen wir hier auf. Killerkrabben hier. Ich möchte wissen, was da oben drin ist. So. Genau, wie ich mir gedacht habe. Und, was finden wir hier? Ein Schwert. Ein Eistab. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Okay. Gut, ich habe einen Eistab. Wahrscheinlich war das das Nützliche, was ich suchen sollte. Die Möglichkeit besteht ja. So, erstmal die Krabbe hier wegmachen. Na. So. Na. Weg mit euch, Killerkrabben. So. Was muss ich denn jetzt eigentlich genau tun? So, mal schauen. Okay, da ist auch noch irgendwas. Sieht auch aus wie ein Tempel. Ich würde mal was ausprobieren. Mit meinem Eistab. Und. Gut. Ich dachte, ihr könntet euch vielleicht das Wasser vereisen. Hat nicht funktioniert. Okay, okay. So ist das ja eigentlich. Gleich dagegen laufen. Was soll ich mit den Dingern hier auf sich? Schade. Hätte ja sein können, dass das so Teleporter sind, dass man sich so hin und her switchen könnte. Leider ja nicht. Das heißt hier. Kann ich jetzt eigentlich nichts mehr machen, oder? Ne, weil ich muss ja schwimmen können, um hier was machen zu können. Das ist ja, denke ich mal, klar. Na gut. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ja, ne, die hau ich nicht nochmal. Das war eklig. Aber wirklich eklig. So, euch Kondome tue ich lieber auch nix. Kriege ich vermutlich einen Stromschlag, wie bei Awakening. Ja, lieber weg hier. Da oben ist schon der Zora. Wow. Autschi. Na egal. Weg hier. Irgendwie muss man hier auch wieder rauskommen. Aus diesem Gebiet. Ja klar, wenn man stirbt, ne. Aber das ist ja normal nicht Sinn der Sache. Aber mittlerweile sieht das leider so aus. Wäre schön, wenn ich hier irgendwo Energie einsammeln könnte. Was war das? Für irgendein kleines Fliegenvieh. So, Korine. Eine Fee. Gut. Wo bin ich überhaupt? Also hier wieder. Gut, gut, gut. Da seid mal oben. Äh, Moment. Gerade angucken. Ah. Schau mal an. Da ist ja hinten auch noch so ein Amulett. Das heißt, ich gehe mal diesen Weg hier weiter entlang. Vielleicht komme ich dann da hin. Kann es sein. Wüsste ja eigentlich. Wenn ich hier zum Beispiel diesen schmalen Weg gehe. Ja, ja, ja. Ist groß. Bombe? Nein. Ich muss die Bombe auswählen. So. Dann kann ich das Ding zerstören damit. Ne. Hä? Das heißt, ich komme hier nicht weiter. Ne. Schade. Ach, Karte nochmal. Ne. Dann würde ich vermutlich erst da oben hingehen müssen. Glaube ich zumindest. Genau, weiß ich es nicht. Nicht. Okay. Oder hätte ich auch von hier gehen können. Kann natürlich auch sein. Ja. Kann auch manchmal doof sein. Und den, äh. Wie gesagt, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Was bist du denn für ein Nack? Er schläft. Sprich mich nicht an. Ich bin ein komischer Chaos. Schild nicht herauszuziehen. Doch. Warum nur? Warum? Hä? Es läuft er mir nach. Warum? Warum läuft er mir jetzt nach? Nun gut. Warum nicht? Vielleicht brauche ich ihn. Du kannst hier nicht hinein, solange ich an dir klebe. Echt jetzt? Wie werde ich dich los? Er ist weg. Gut. Ähm. Ja, die Höhle möchte ich gerne, ähm, mir angucken. Da oben. Wird jetzt da ja was interessantes drinne. Kann ja sein. Und, was hätten wir hier? Ja. Ein Feenbrunnen. Gut, da ich aber volle Energie habe, benötige ich diesen Brunnen überhaupt nicht. So, das heißt, wir gehen durch die Wüste. Ich soll ja einen Nachbarn finden. Wurde mehrmals gesagt. Kann doch nur, warum das immer leckt. Eigentlich sollte ich überhaupt nicht lecken. Geier, Geier, Geier. Ah, der nehmt nicht. Er bleibt da, ne? Ja. Gut, der Reiher ist weg. Ähm, keine Ahnung. Eine große Wüste. Wow, 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 wow. Meisterfreund. Äh, geh weg. Autschi. Ich bin zu doof. Hier ist gar nichts. Da ist die Zunge. Und wo bin ich? Kann auch noch wo. Ich kann hier nicht runter. Aber ich kann hier runter. Und da ist ein Tempel. Was steht denn hier drauf? Bübbelübbelübbel. Ähm. Ne. Gut, Versuch Nummer 1 mit dem Pfeil reinschießen. Nein. Versuch Nummer 2 mit der Bombe. Nein. Dann habe ich überhaupt keine Ahnung. Da ist ein Herzteil. Ähm, ja. In der Wüste, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Hier ist groß. Sehr groß. Das sieht aus wie ein Octopus. Beziehungsweise wie eine Krake. Natürlich, denke ich, mal wieder draußen. Ja. Hm. Ich gehe aber nochmal hier hin. Ich meine, hier muss ja irgendwo was sein, ne? So, angucken. Müssen wir uns das halt. Ah, blöder Geier. Diese komischen Dinger, die hier rausgekrabbelt kommen. Ah, diese Geier. So. Aua. Ich bin zu blöd für die Kakteen. Sag mal, die Geier. Gehen die auch mal irgendwann weg. So, der eine ist weg. Und der zweite noch nicht. Nein, immer noch nicht. So, weg. Hm. Ja. Fragen über Fragen, was es hier mit auf sich hat. Keine Ahnung. Aber ich gehe mal hier rauf und wende an dieser Stelle diesen Part und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020